Musik 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 Das war dann das letzte Schritt in den Attachio Verkosen Parkslaghaar von The Looping Star. Wir verklaarden, malte malen, offiziell geopend. Enjoy your exclusive ride time on Pulsar. The Gold Runs everybody! Wir können sehr viel zusammenarbeiten mit Journalisten. Für einige von seinen Videos dreht er zwei Tage, um danach sechs Uhr zu montieren mit als resultat ein Film von anderhalve minuut. Lennart maalt er nicht um, es ist seine Passie. Und von seinem Hobby, sein Beruf machen, das ist sein Droom. Lennart Magnus, ein Junge von 14 aus der Alphenen mit ein Hobby. Oder besser gesagt mit ein Passie. Lennart, goeiemiddag. Goeiemiddag. Es geht hart für Lennart Magnus aus Aflichem, letterlich und figuurlich dann. Lennart ist ein pretparkfanaat. Al heel z'n leven brengt hij elke vrije dag die hij heeft door in ein pretpark. Und als hij ein paar jeugdjes over heeft, dann geht er nach der Kermis. Und wir gehen nun Richtung Aflichem bei Lennart Magnus. Goeiemorgen, Lennart. Goeiemorgen. Ja, je bent, je mag het toch wel zeggen, een echte pretparkfanaat. Goeiemorgen, Lennart Magnus 처음. Goeiemorgen, Lennart Magnus. Wegenkir, Lennart Magnus. ANDERYphinksen. Und wir gehen in Biggird Grooming in the analogy. Und wir gehen in den Weicheminnorgen. Und wir gehen auch noch weiter und�nhgen ordecken ÖVNET ver instantly. Und wir gehen nach Aufsch deficit. Benut 오 meidänjaz, anexiste elementos 북 marriageistas. Genera ist eine confirmative betrü remains gut. Aber Am desde jetzt vorsteem Episodecito. Wir gehen, woher die Mas church ist spannend. Mob Merryơken vonedsiębior. Wir sind ein paar Personen, die sociaal ihre Botschaft haben hintergelaten, für eine von den nächsten Jahrzehnten von Barking Wils. Wir von der Avontuurpark Hellendoorn wensen Park Reviews sehr viel Erfolg in der Zukunft und feliciteiten Sie natürlich mit einem 5-jährigen Bestein namens Vava Boomba und der Rest hier in der Avontuurpark. Thumbs up! Walibi Belgium feliciteert Park Reviews für sein 5-jähriges Bestein. Ich, Nathan Gevaert von Nathan Rides, will Park Reviews von Harte Profisatwensen mit dem 5-jährigen Verjaardag. Ich folge es selbst schon sehr lange. Ich hoffe, dass wir als eine der ersten sind. Und ich hoffe, dass wir uns noch lange bleiben können mit unseren neuen Videos. Beste Lennart, ich mochte ich für Regionale TV und RingTV ein Zeitje geleden interviewen über eure Website slash YouTube-kanaal Park Reviews. Das Interview ist mir dabei, weil ich so gepassioneerd kon vertellen über allerhande attracties in pretparken. Dankzij Park Reviews informeer je de Menschen auch auf eine toffe manier und das wird enorm geapprecieerd. Ich wünsche Park Reviews ein prachtige 5-jährige Verjaardag. Viel succes de kommende jaren und bleib gehen für eure Passie. Ciao! Hey, dacht Lennart und de kijkers van Park Reviews. Profisat mit jullie 5-jährige Verjaardag. Welkom in S&R Rozenbroeken. Wir vieren dit jaar auch unsere 5-jährige Verjaardag. De ideale plek für ein dicht-bei-huis-vakantie. Toei! Flopseland feliciteert Park Reviews mit seinen 5-jährigen Bestein. Wir danken jullie für die mooie reportages. Und wir hoffen, dass ihr noch bald wieder zurückgeht. Mr. Park Reviews, vielen Dank für Ihre 5-jährige Verjaardag. Und ich hoffe, dass ihr noch 5 Jahre weitergeht. Wir können noch lange genieten von deinen Videos. Als letztes wünsche ich euch allen vielen Dank für die letzten 5-jährige Verjaardag. Ich wünsche euch euch, ich reagiert euch, ich liebe euch, ich abonniert euch noch immer. Ich werde sicher weiter mit den besten Videos machen. Also die Videos die ich liefde zu machen. Und ich wünsche euch, ich wünsche euch mit der nächsten Videos und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017